Von Anfang an I am One präsentiert Letzte Instanz Sänger Holly Lohse steht uns Rede und Antwort zum neuen Album ewig Seht das brandneue Video zur ersten Single und erfahrt alles über die anstehende Tour und die aktuellen Projekte der Band Letzte Instanz Am 1. und 2. September um 23 Uhr auf I am One amная an